Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing Video von Test.net. Heute habe ich mal einen Rauchmelder mitgebracht. Einen Rauchmelder von Busch Jäger und hierbei handelt es sich um das Modell Professional Line und am besten wir schnuppern jetzt mal rein. So, wie ich gerade lese, knallt dieser Rauchmelder mit 85 Dezibel durch die ganze Wohnung. Hier haben wir eine Anti-Staub-Schutzbedeckung, Bedienungsanleitung und Montageanleitung. Sollte man auf jeden Fall durchlesen. Und hier haben wir noch Schrauben mit, ja, die dazugehörigen Dübel sind da noch dabei. Guck mal, frage mal die Tüte ab. Okay, jetzt, upsala. Joa, was cool ist, mit 10 Jahren Lithium-Batterie. Nun braucht ihr euch innerhalb dieser 10 Jahre keine neue Batterie kaufen. Und wie ihr seht, ist dieser Rauchmelder auch sofort betriebsbereit. Ja, wartet mal. Ich weiß nicht, ob ihr es auch sehen könnt, aber sieht auf jeden Fall gut aus. Jetzt machen wir mal diesen Test. Ladies and Gentlemen, bitte die Ohren zuhalten. Okay. Ist auf jeden Fall in Ordnung. Joa, macht auf jeden Fall einen guten Eindruck. Und dieser Rauchmelder kommt erstmal hier ins Testlabor. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss! ... ...